Hallo, ich bin Friedemann Hinsche von der Firma Dörr. Es tut mir leid, dass Sie Ihren Objektivdeckel verloren haben. Damit Ihnen das nie wieder passiert, empfehle ich Ihnen den Dörr Professional Objektivdeckel. Denn der hat ein spezielles Halteband, was den Deckel gegen Verlieren schützt. Es wird einfach über das Objektiv gezogen und schon ist er fest mit dem Objektiv verbunden. Der Deckel hat aber einen weiteren Vorteil. Er lässt sich nicht nur mit den Außentasten bedienen, sondern auch mit den innenliegenden Tasten. Bei aufgesetzter Gegenlichtblende kann ich trotzdem wunderbar den Deckel auf- und absetzen. Weiteres Fotozugehör finden Sie auf www.derrfoto.de. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017